Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag die Zukunft Talk. Wir freuen uns heute auf einen sehr spannenden Diskussionsabend. Es geht um die Technik als Zukunftschance für unsere Kinder. Kompetenzen, die unsere Kinder jetzt quasi schon mit in die Wiege gelegt bekommen haben, die in Zukunft enorm wichtig sein werden. Und von dem her ist es ein ganz spannender Talk, auf den wir uns freuen, mit unseren Talkgästen. Die Technik als Chance für die Zukunft, aber natürlich auch als Herausforderung. Und ich würde Sie bitten, unsere Gastgeberin, Vorständin Brigitte Bach, die ersten Worte, die Eröffnung hier des heutigen Abends zu verbringen. Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Vielen Dank fürs Kommen. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Chancengleichheit für Frauen? Zunächst einmal ganz prinzipiell, 50 Prozent der Bevölkerung weltweit sind Frauen. Natürlich sollen sie dieselben Chancen wie Männer haben und wir wissen, dass das in vielen Bereichen nicht der Fall ist, noch nicht der Fall ist, auch nicht in Österreich. Ganz konkret, aber aus Unternehmenssicht ist es so, dass wir auch wissen, dass in den nächsten, sagen wir mal fünf bis zehn Jahren die sogenannte Baby-Boomer-Generation in Pension geht. Das ist der große Peak der Alterspyramide. Und alle Unternehmen haben ein großes Thema. Wie fülle ich diese Lücke? Wie bekommen wir dann junge Nachwuchskräfte? Und selbstverständlich sind wir wieder bei dem Punkt, 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen. Schaffen wir es auch, die Frauen anzusprechen? Und wie müssen wir uns als Unternehmen aufstellen, das so zu tun? Ja, und der dritte Punkt ist ein ganz besonderer. Wir leben in Zeiten unglaublicher Herausforderung. Klimawandel ist ganz klar. Wir kennen alle das Thema Migrationsthemen. Wir kennen Digitalisierung und vieles mehr. Jetzt haben wir die Ukraine-Krise, den Ukraine-Krieg. Viele Herausforderungen und ein Unternehmen muss smart auf diese Herausforderungen reagieren. Wir sehen uns als Green Tech Company und möchten für unsere Kundinnen zum Beispiel die Energiewende vorantreiben, auch mit dem Thema Digitalisierung ganz eng verknüpft. Was heißt das? Wir brauchen Teams, die lösungsorientiert sind, kreativ sind, miteinander schnell am Kunden, für den Kunden agieren. Und wir wissen aus vielen Studien und wissenschaftlichen Arbeiten, dass gemischte Teams wesentlich produktiver eben und, ich sag mal, erfolgreicher arbeiten. Das gilt für Führungsteams, das gilt für Mitarbeiterinnen, egal auf welchem Level und wie, in welcher Art. Daher haben wir das Programm ins Leben gerufen, Hashtag die Zukunft, wie man hier sieht, wo wir uns als Unternehmen versuchen, kulturell so zu verändern, dass wir spürbar Frauen herzlich willkommen heißen. Wie machen wir das? Es geht darum, ganz klar zu sagen, wie kann man Familie und Beruf verbinden. Es geht auch darum zu sagen, wie können wir mehr Frauen ins Unternehmen holen? Wie können wir sie halten? Wie können wir sie fördern? Es geht natürlich auch um Monitoring, zu sagen, schauen wir mal genau nach, ob unsere Maßnahmen auch wirklich greifen, ob mehr Frauen ins Unternehmen hereinkommen. Ja, und zu guter Letzt geht es natürlich darum, insbesondere aus der Sicht der Salzburg AG, TechnikerInnen hier hereinzuholen. Also wir brauchen Frauen in technischen Berufen und wie gelingt uns das. Natürlich können wir viele Maßnahmen setzen, indem wir mit Schulen arbeiten, indem wir selber unsere Robocamps speziell für Mädchen machen und vieles mehr. Wir können Rollmodels, wir sprechen mit Frauen, mit Eltern etc. Wir können vieles tun, aber die, die am meisten tun können, sind natürlich die Eltern. Und daher haben wir heute zu diesem spannenden Trog eingeladen, wo wir uns alle damit beschäftigen möchten, wie können wir Kinder so erziehen oder wie können wir ihnen, wie können wir sie befähigen dazu, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln, auch technische, naturwissenschaftliche Fähigkeiten, egal ob es ein Mädchen oder ein Bub ist. Und ich bin selber schon sehr, sehr neugierig, was wir jetzt zu hören bekommen. Und dann mit übergebe ich wieder an unsere Moderatorin. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir freuen uns jetzt auf Christian Werner Franz, der uns genau das sagen wird, wie wir unsere Kinder befähigen können, ihr Potenzial auszuleben, ihre Kompetenzen zu stärken, fit zu sein für den Arbeitsmarkt der Zukunft, wie auch immer der ausschaut, weil im Endeffekt wissen wir nicht tatsächlich, wie der ausschauen wird. Christian Werner Franz, der ist Arbeits- und Organisationspsychologe, ein Coach, Trainer, Begleiter und vor allem ein super toller Gesprächspartner. Wenn man bei ihm eines lernen kann, dann gelassen mit gewissen Dingen umgehen, die man erinnert ändern kann. Aber man kann vieles tun und vieles ändern. Von dem her bitte ich Sie um Ihre Keynote-Rede her. Ich freue mich schon sehr drauf. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich wahnsinnig, bei Ihnen sein zu dürfen. Ich freue mich vor allem wahnsinnig, dass Sie den Weg auf sich genommen haben und heute dabei sind. Ich möchte mit einer Frage starten, die wahrscheinlich für den einen oder die andere relativ offensichtlich zu beantworten sein wird. Ich probiere es trotzdem. Wer von Ihnen wünscht Sie für seine Kinder einen erfüllenden Job? Hand hoch. Ja, die anderen trauen Sie nicht, gell? Also eigentlich ganz ernst, sobald man sich mit Arbeit als Broterwerb beschäftigt und darüber hinaus auch nur die Sinnperspektive ein bisschen auf den Schirm bekommt, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Arbeit in irgendeiner Form mir selbst und dem Gegenüber was geben sollte. Und genau deswegen, Frau Dr. Bach, bin ich so happy, dass Sie sagen, befähigen. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle. Es geht immer um die Frage, was kann ich tun, was kann ich machen? Und Sie sind eine unglaublich handlungsstarke Gruppe. Sie sind Eltern. Sie haben einen Haufen Leben, der Ihnen nachfolgt, der von Ihnen lernen darf, der bei Ihnen zu Hause ein sicheres Umfeld findet und der dort seinen Start ins Leben nimmt. Ich finde das unglaublich kreativ als Tätigkeit. Fairerweise muss man sagen, wir kennen das alle an manchen Stellen, rennt es fast nebenbei, weil so die Kleinigkeiten des Alltags immer wieder nach vorne schirmen. Was ich heute mit Ihnen so ein bisschen besprechen möchte oder das, was ich Ihnen als Perspektive anbieten möchte, ist so das ein oder andere Werkzeug, um nochmal auf die eigene Rolle zu schauen und was ich eigentlich selbst machen kann, dafür diese Orientierung ganz besonders klar zu bekommen, damit mein Kind eben ebenfalls handlungsfähig wird, im Sinne seiner eigenen Interesse und idealerweise in einem Sinne, der technisch ist. Dafür darf ich Sie bitten, Dankeschön. Wir starten mit ganz einfachen Fragen. Mir ist es immer wichtig, ein bisschen zu wissen, vor wem ich eigentlich stehe. Die erste Frage, die ich Ihnen stelle, wer von Ihnen ist mit dem Computer aufgewachsen? Bitte Hand hoch, aber so richtig aufgewachsen, sodass das ein Thema ist. Aha, okay, man sieht ein bisschen einen Stichprobeneffekt hier drinnen. Das ist wahrscheinlich Salzburger AG an der Stelle super, gefällt mir. Das ist schon nicht einmal schlecht. Nächste Frage für mich, wer von Ihnen arbeitet mehr als 50 Prozent seiner Ihrer Arbeitszeit mit dem Computer? Viele, da sieht man schon einen Großteil. Letzte Frage für mich, wer von Ihnen hat ein Smartphone privat? Ja, also das ist, es gibt immer wieder ein paar so tapfere Wikinger unter Anführungszeichen, die es anders probieren, aber Rauchzeichen sind halt dann doch irgendwie unpraktisch als Kommunikationsmittel und deswegen ist das Smartphone als etwas, was unglaublich viele Möglichkeiten mitbringt und praktisch geworden. Warum frage ich das von Ihnen? Ich glaube, wir vergessen manchmal als Erwachsene, die so im täglichen Alltag stehen und lauter Herausforderungen sehr erfolgreich nehmen, was wir alles schon gelernt haben. Wenn wir aber auf unsere Kinder drauf schauen, merken wir, wie schnell die gewisse Dinge einfach so nebenbei scheinbar mitmachen und auf einmal kennen. Die frustrierendste Geschichte für mich war, mit 25 eines meiner Lieblingsspiele von damals, Konsolenspiel, weiß nicht, ob jemand Nintendo kennt, mit meinem achtjährigen Neffen zu spielen und am Anfang innerhalb der ersten halben Stunde habe ich mich der Typ überholt und ich war wirklich angefressen. Ich hatte 15 Jahre Zeit zu üben und innerhalb von einer halben Stunde kannte er das besser. Es war eine Mischung aus frustraner, wie soll ich sagen, aus Zurückhaltung in mir, ich bin hineingefallen in mich, aber dann habe ich zu ihm rübergeschaut und mir gedacht, Wahnsinn, was da für Fähigkeiten stecken. Unglaublich, wie schnell der das kann. Das ist das Schöne an einem Gehirn, das noch nicht fertig ist. Braucht ja ein bisschen Zeit. Das heißt, was mir jetzt wichtig ist, ist heute einmal nicht nur auf die Kinder zu fokussieren, sondern vor allem wirklich auf sie zu fokussieren und dazu nehme ich ein Beispiel. Wer kennt die drei magischen Buchstaben des Homeoffice, VPN? Wer hat denn damit arbeiten müssen? Bitte einmal kurz hochheben. Oh ja, super, okay. Das heißt, wenn ich Sie jetzt bieten würde, an VPN zu definieren, wir haben eine erste Idee, immer so, es hilft, verwende das Wort in einem Satz. Zum Beispiel, der VPN geht heute schon wieder nicht. Das ist ein Klassiker der letzten beiden Jahre gewesen, so ein bisschen Corona-Melodie. Oder, ja, der VPN, das ist das, was uns der ITler seit Ewigkeiten schon zehnmal versucht hat zu erklären, aber wir uns eigentlich nur gemerkt haben, dass wir aufs Knopfball drucken müssen, dann funktioniert es. Das heißt, wir haben damit eigentlich, sagen wir mal, einhergegangen, ein Schema anzulegen, das für uns funktioniert und das passt. Damit sind wir arbeitsfähig. Für uns im Alltag ausreichend. Für ein Kind, das neuernd rankommt, und das ist der spannende Punkt, die Frage, wie der das anlegen würde oder sie. Und genau da möchte ich als Stelle sagen, für mich war es ein großes Erstaunen eigentlich, eine große Verwunderung zu merken, dass Jugendliche unter 15 ebenfalls mit VPN arbeiten. Ich habe das nur aus dem Outlook kennt. Hat wer mitbekommen, dass Jugendliche und Kinder mit VPN arbeiten? Bitte mal ganz kurz die Hand heben. Ha! Sie kennen vielleicht dieses Zeichen, oder? Bei manchen von Ihnen kommt jetzt gleich dieses Pudumm im Kopf, gell? Warum zeige ich Ihnen das? Was ich festgestellt habe, ist, ich bin sehr offen und sehr intensiv im Internet unterwegs, um so ein bisschen zu schauen, was Kinder und Jugendliche in sozialen Netzwerken so interessiert. Mir ist das wichtig, so ein bisschen zu spüren, was ist gerade irgendwo interessant. Nicht, weil ich nicht alt werden kann, sondern weil ich das einfach wirklich interessant finde, was da an Inhalten kommt. Und ich teilweise merke, okay, hätte ich nicht am Schirm gehabt, aber spannend, dass es so ist. Ein Teil, was gerade total interessant ist, ist zum Beispiel japanische Filme. Das ist ein japanischer Film vom Studio Ghibli, ganz toller Film, kann ich wirklich absolut empfehlen und kann jeder gerne nachher von mir dann in der Pause erfahren, was das für einer ist. Das Problem ist, den hat man ganz lange Zeit in Österreich nicht schauen können. Geo-Restriction heißt es in Neudeutsch. Das heißt anders gesagt, wenn du in Österreich stehst, heißt es einfach, nein, du schaust den Film nicht, aber du siehst, dass du ihn sehen könntest, würdest du woanders wohnen. Das ist die besondere Gemeinheit. Das ist etwas, was man, wenn man 14 ist und jetzt eigentlich die Freunde da hat und wir haben uns alle schon darauf gefreut, ein wirkliches Problem darstellt. Und in dem Moment wird man kreativ, weil das lässt man nicht zu. Und das ist der Moment, wo auf einmal ein VPN ins Spiel kommt, die es mittlerweile sogar gratis gibt. Und die damit ohne Aufwand auf einmal sagen kann, hey, ich bin eh quasi in Japan. Heißt zwar eigentlich Bad Leon Felden, aber das macht nichts. Das ist eigentlich, ist das quasi Japan. Und damit habe ich auf einmal meinen Zugriff. Und der Abend ist gerettet. Was ist passiert? Motivation war pur. Also 110%ig an der Stelle. Weil ich will jetzt wirklich mit meiner Freundin einen Film schauen. Wir haben Popcorn gemacht. Und die Mama hat uns sogar einen Kuchen packen. Also wirklich. Jetzt kann man nicht nicht schauen. Seien wir uns ehrlich. Das heißt, das war absolut klar. Die Motivlage war perfekt. Die Energie war da, weil was sonst zum tun? Und damit war eindeutig klar, dass die Lösung findbar ist. Man muss nur verstehen, dass das eine Lösung sein kann. Und das ist das Schöne dran. Es wurde hier gelernt, weil ein konkretes Problem da war. Und Lernen am Problem, das haben sich wahrscheinlich alle schon irgendwo mitgekriegt, funktioniert bei Kindern ziemlich gut. Weil wenn der was will oder sie, dann kommt es da hin. Die Frage ist, hat man es am Schirm, was mit einem selber passiert in dem ganzen Protest? Das ist die andere Geschichte. Mir ist es so wichtig zu sagen, Kinder haben hier das gleiche Problem gelöst, das sie alle gelöst haben. Nur haben sie es aus einer ganz anderen Motivlage herauslösen müssen. Sie haben arbeitsfähig sein müssen. Die Kinder wollten am Abend fernschauen miteinander. Ein drastischeres Beispiel, wie reichhaltig die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen ist, sich selbst technische Fähigkeiten anzueignen und nicht nur technische Fähigkeiten. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz die Hand heben. Wer von Ihnen weiß, was TikTok ist? Boah, das ist aber viel. Schon wieder Stichprobeneffekt da. Wahnsinn, bin beeindruckt. Wer von Ihnen hat ein TikTok-Profil? Das wird schwieriger. Zwei Leute, da nur wer? Nein, keine TikTok-Seite in der Mitte, auch nicht. Hier zwei Personen. Cool. Sehr aktiv bespielt, wenn ich so persönlich fragen darf oder eher passiv mitschauend? Eher passiv mitschauend, okay. Ich finde das super. TikTok ist ein Medium, wo ich, also für alle, die das nicht kennen, aber sie wissen zumindest, dass es das gibt. Es ist eine Plattform, wo Kurzvideos gepostet werden, so wie zum Beispiel Instagram, wo es halt primär früher um Fotos ging. Geht es halt dort um Kurzvideos und TikTok ist gerade das zentrale Ding, wo sogenannte virale Erscheinungen einfach im Internet stattfinden. Wenn irgendwas cool ist, dann ist es dort. Da ist Musik, da sind Musikvideos, ganz kurze Videos. Meistens, dann wird die Aufmerksamkeit sparen im Internet immer kürzer wird. Rein empirisch ganz spannend tatsächlich auch. Vor fünf Jahren war das durchschnittliche YouTube-Video fast neun Minuten. Jetzt ist es dreieinhalb Minuten. Das sind Unterschiede, ganz faktisch. Und TikTok ist wirklich nur mal alles unter einer Minute. Wir schauen uns sowas jetzt an miteinander. Und zwar unter der Perspektive, was lernt man da davon, wenn man sowas macht? Die Dame hier heißt Lea und kommt aus Berlin, schreibt sie selber. Wir können der Meinung sein, dass aus meiner Sicht ein bisschen ein österreichischer Dialekt dahinter ist. Schauen wir mal drauf. Bis nächste Stunde habt ihr das bitte alle in euren Heften stehen. Lea? Ja, darf ich bitte ein Foto machen von der Tafel und ich schreibe das dann zu Hause ab. Ausnahmsweise. Danke. Als ob. Ich versuche jetzt einen Schritt zurück zu gehen und mir vorzustellen und die Herrschaften, die Video hier herinnen machen, wissen um den Aufwand von sowas, was hat die Dame da produziert? Wenn wir da mal drauf schauen, was da alles dahinter war, dann können wir auf jeden Fall mal sagen, sie hat eine Geschichte erzählt, die für ihre Zielgruppe von Schülerinnen und Schülern total relevant ist. Wir alle sind allein schon mal grundsätzlich ausgeschlossen, weil das einfach nicht unsere Lebensrealität ist. Wir gehen jetzt her und sagen, ja, smarte Lösung und was auch immer und Zeiteffizienz und was auch immer, aber eigentlich ist das einfach nur Perspektivenübernahme gegenüber ihrer eigenen Zielgruppe. Erste Geschichte, total toll, konnte man nicht besser auf den Punkt bringen. Zweite Sache, hohe Sprachverständlichkeit. Gut, ist jetzt im Raum ein bisschen schwieriger, aber wenn Sie es vor dem Laptop oder vom iPad daheim schauen oder Handy, wo das normalerweise passiert, super. Tatsächlich, wenn Sie eine Frequenzanalyse über das Video drüberlegen, merken Sie, das ist genau auf das hingeschnitten. Parallele Erzählung, Story ohne Ton, warum? Weil sowas auch im Bankfach während dem Unterricht gesehen wird. Logisch, ganz klar, auf diese Art von Production Aspekt wurde ebenfalls Rücksicht genommen. Weil nicht jeder kann das laut schauen, möchte es aber trotzdem konsumieren, sobald es online ist. Das ist ja die Idee mit TikTok. Nächste Geschichte, technische Inszenierung. Sie ist super ausgeleuchtet, der Hintergrund ist relativ kontrastorm und dunkel, damit sie sich gescheit abhebt vom Vordergrund. Das ist nicht unsofistikated an der Stelle. Letzte Geschichte, Kamerainstallation mit zwei verschiedenen Szenen. Weil dieses, findet eh nicht statt, war an dieser Stelle ein Stilmittel, das geholfen hat, um ihre Geschichte überhaupt erst erzählen zu können. Das heißt, was die eigentlich gemacht hat, die junge Frau, ist eine Geschichte, die jetzt für uns banal wirkt, weil wir nicht Teil der Zielgruppe sind, eigentlich unglaublich effektiv in 38 Sekunden zu erzählen. Das ist nicht nichts. Das ist überhaupt nicht nichts. Und das ist, wenn man eigentlich mal drauf schaut, höchst jobrelevant aus Sicht einer Kompetenzperspektive. Da gibt es durchaus Jobs, die von diesen Fähigkeiten zu Ende gedacht total profitieren. Ob die Dame jetzt Drehbuchautorin oder Tontechnikerin wird oder vielleicht Videoeditorin oder Kamerafrau, Schauspielerin ist ein bisschen neuliegender, wenn man sich vor die Kamera setzt, keine Frage. Aber im Endeffekt ist das arbeitsrelevantes Kompetenzmaterial, was sich da in sich ansammelt. Das wirkt abstrakt, wenn man sich den Inhalt anschaut. Aber schaut man es von oben dran, wird auf einmal da ziemlich viel sichtbar, was ein Mensch unter 18 sich da eigentlich angeeignet hat. Und das ist interessant und das ist vor allem relevant, wenn wir darüber sprechen, dass solche Menschen in ein paar Jahren in den Arbeitsprozess einsteigen. Und die dort eine Arbeit wiederfinden müssen, wo man sowas dann auch vielleicht abheben kann und abholen kann. Kleines Extra an der Stelle, Social Media Koordinatorin ist die nämlich auch gar keine schlechte. Auf YouTube kennen wahrscheinlich die meisten von ihnen knapp 50.000 Abonnenten. Auf Instagram ebenfalls und auf TikTok, wo sie groß ist, 1,6 Millionen Follower. Das ist nicht nichts. Auf ihre Videos wurde 110 Millionen Mal reagiert. Jetzt muss ich mir mal vorstellen, was die junge Frau für eine Reichweite hat. Das als Unternehmen herzustellen, das ist eine Arbeit. Da denken einige Menschen, die da frisch reinsteigen, lang drüber nach, damit das so funktioniert. Das ist mein Punkt, den ich einfach sagen möchte. Wir müssen hinter den Inhalt schauen, um zu erkennen, was für Kompetenz dahinter steht. Uns fällt das besonders schwer, weil wir aus einer anderen Sozialisation kommen. Weil wir aus einem anderen Verständnis herkommen, was es wert ist, seit Zeit zu investieren. Für ein 28 Sekunden langes Video, wo ich erzähle, dass ich mein Foto wahrscheinlich eh nicht machen werde, das scheint für uns auf den ersten Blick jetzt keine unendlich erzählenswerte Story. So ein bisschen habe ich es auch gehört. Und das verstehe ich inhaltlich. Aber das, was damit gemacht wird und was es aus der jungen Frau macht, als Potenzial einer zukünftigen Mitarbeiterin, das ist fantastisch. Das heißt, das war jetzt einmal so der erste Blick in die Frage, wo ich sagen möchte, hier ist das offensichtliche Lernanlegen von Fähigkeiten ja schon sowieso da, weil die eigene Motivation ganz groß ist. Und das heißt, wir verstehen diese technischen Kompetenzen, über die wir da jetzt gerade gesprochen haben, als nichts anderes als Werkzeug. Es ist Werkzeug, das diesen jungen Menschen schon zur Verfügung steht. Und das so unmittelbar und wirklich auch selbst zur Verfügung steht, wie es noch nie war. Total niederschwellig. Die hat sich das wahrscheinlich zu sieben Ochtel alles im Internet selbst beigebracht, die junge Frau. Weil das einfach da ist. Weil der Community-Gedanken das auch ermöglicht. Und somit findet eigentlich eine totale Anreicherung von Jobs durch technische Kompetenzen statt. Und wenn ich da jetzt sage, durch Jobs, nicht einmal nur automatisch technische Jobs. Das ist nämlich der wichtige Punkt an der Stelle. Und dann sind wir bei einem Begriff wie Digitalisierung zum Beispiel. Die Anreicherung von Dingen, die vorher noch nicht digital waren und es jetzt sind, weil es einen Mehrwert liefert. Das ist unser Umgang mit dieser Art von gesteigerter Anforderung und mehr Möglichkeiten, die wir da jetzt unterbringen. Das wäre die pragmatische Sichtweise dahinter. Wer hätte kein Internet damit, dann wäre das jetzt eine Aufgabe für eine kleine Line-Schauspielgruppe irgendwo am Land gewesen, die sie einen 35mm-Film für eine Woche in der Ausburg muss, damit so ein Video rauskommt. Sie hat alles im Smartphone. Das ist durchaus beeindruckend. Und da gibt es ja mehrere Tätigkeiten. Als Beispiel schauen Sie jetzt in klassische Tätigkeitsbereiche rein. Heutzutage Marketing ist datenbasiert. Gar keine Frage. Nicht ausschließlich. Die können weiterhin arbeiten mit Sprache. Aber es ist halt nicht nur mehr Sprache. Es ist eine technische Kompetenz jetzt auch dabei. Gleiches gilt für sogar sowas wie unter Anführungszeichen, ich sage es bewusst, einen Analogfotografen. Selbst der braucht eine Online-Präsenz, um sich besonders zu machen, weil ansonsten ist er nicht sichtbar. Das heißt also, dieser Einzug ist ja längst da. Und mir ist genau deswegen so wichtig zu sagen, unsere Kinder leben ja schon in der Welt, wo sie das nicht mehr hinterfragen. Nur wir haben die Perspektive auf, braucht es das oder nicht. Und genau darüber können wir jetzt noch ein bisschen weitersprechen, wenn wir die Frage stellen, was eigentlich Technik genau ist. Weil ich spreche jetzt die ganze Zeit über Technik. Manchen von Ihnen wird es eh schon aufgefallen sein, was meint er eigentlich, der Franz, das ist irgendwie komisch. Da redet er über Technik, meint er jetzt Installation oder Mathematik, was ist es? Das, wovon wir sprechen, wenn wir über Green Tech sprechen, dann meint er eigentlich einen Begriff, der sich im Akronym MINT verstellt. Wer von Ihnen kennt den MINT als Begriff? Schon mal gehört? Ja, sicher schon einige Hände. Das heißt, nur mal zur Erinnerung. Im Prinzip ist es nichts anderes als vier ganz zentrale Disziplinen, die sich hinter diesem Begriff MINT einfach verstecken. Und für uns wichtig zu wissen ist, dass wir in einer Zukunft steuern, wo schon jetzt sowas wie ein Fachkräftemangel einfach Fakt ist. Und hinter dem Fachkräftemangel ist hier ein ganz hoher Anteil an genau diesen MINT-Disziplinen versteckt. Wo ganz, ganz klar ist, dass es diese Jobs in Zukunft braucht, weil es jetzt schon zu wenig sind. Aber, und das ist der Punkt, MINT, einer der wesentlichen Gruppen, also MINT-Arbeitskräfte meine ich jetzt, einer der wesentlichen Gruppen der absoluten Wertschöpfung im Sinne von Innovation sind. Dort kommt es her. Da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Dr. Bach, das ist exakt der Punkt. Die MINT-Gruppe hat eine unglaublich hohe Wertschöpfung und einen unglaublich hohen Innovationsoutput, weil einfach ganz, ganz viel technologische Beschleunigung ist in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Und das ist zu einem gewissen Grad immer schon so gewesen. Es ist nur jetzt gerade besonders sichtbar, weil es unser gesamtes Privatleben einfach durchdringt sogar. Das macht niemand halt am Arbeitsplatz. Das ist halt jetzt überall. Dass das sozusagen uns dazu bringt, dass wir jetzt einmal zumindest diesen Techies-Bereich beschreiben können, indem wir sagen, Techies sind Mitarbeitende, die in dieser MINT-Sicht über Technik verfügen und das im Sinne einer durchaus gesellschaftlichen Relevanz einbringen können. Und wenn wir jetzt MINT plus die Herausforderungen des Alltags in dieser Welt quasi sehen, dann soll Innovationen das Ergebnis unter Anführungszeichen sein. Und das ist deswegen besonders, weil, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich höre schon an vielen Stellen so Sachen wie, ja, die Welt wird komplexer und es ist irgendwie alles beschleunigt und so weiter. Dafür gibt es tatsächlich Modelle, die mittlerweile auch eindeutig sagen, das ist tatsächlich so. Das heißt nicht, dass es deswegen nicht gehen soll. Das ist keine Frage, wir können damit umgehen. Aber ja, es gibt gewisse Dinge, die sind unbeständiger und vor allem unvorhersehbarer. Und tatsächlich komplexer. Die Welt ist nicht einfacher geworden, weil wir es auch mehr am Schirm haben. Durch die Verfügbarkeit dessen, was wir alle in unserer Hosentaschen haben, beispielsweise. Das heißt also, dieser Wandel heute macht auch von unserer Arbeit nicht heute. Und ich bin mir sicher, da herinnen gibt es keine Person, die seit zehn Jahren exakt genau dieselbe Tätigkeit durchführt. So wirklich völlig auch vom Arbeitsprozess her. Da hat sich ganz sicher viel dran. Und das ist vorher in längeren Zeitphasen einfach passiert. Und die große spannende Frage, und da werden wir dann ganz sicher von dir noch etwas her, Maria, ist die Frage, okay, wie wird es in den nächsten zehn Jahren werden? Das ist spannend dann für uns. Weil da gibt es einen Haufen von jungen Menschen, die mit ziemlich viel ausgestattet daherkommen. Gute Nachricht für Eltern an der Stelle aus meiner Sicht. Und es gibt ja einen gewissen Trend, der auch jetzt, so dass ich bei uns, jetzt schauen wir uns einmal das nur über die letzten 20 Jahre an, von 2000 bis 2020. Das ist jetzt eine Zusammenfassung über Deutschland, wo man sich einfach um als Studierende in MINT-Fächern anschaut und man sieht, dass sich das fast verdoppelt hat in Summe. Was relational aber immer noch gleich geblieben ist, und da greife ich etwas auf, was Sie vorher gesagt haben, Frau Dr. Bach, ist der Anteil von Frauen innerhalb dieser Stichprobe. Das ist immer noch nicht signifikant höher geworden tatsächlich da drinnen in der ganzen Geschichte. Und da muss man sagen, da merkt man halt dann die Sozialisation dahinter. Weil ein ganz großer Punkt im Rahmen der Digitalisierung ist, dass sie jedem gleichermaßen zur Verfügung steht. Und gerade sowas wie zum Beispiel früher in der technischen Anwendung die körperliche Anforderung als Beispiel jetzt, eigentlich völlig negiert werden kann mittlerweile. Das heißt, es gibt eigentlich nicht recht viel, was dagegen spricht. Aus dieser Perspektive hat sich ja auch dieser Anteil von Frauen auf die Gesamtstatistik, das ist die blaue Linie hier, noch gar nicht recht verändert. Definitiv ein Entwicklungsfeld, das uns zur Verfügung steht. Ja, und der Begriff Utopia ist wahrscheinlich einer, der unter Anführungszeichen Mischung aus einschüchtert und trotzdem spannend wirkt irgendwie. Wir haben eine Welt um uns herum, die irgendwie fantastisch ist und uns alle irgendwie Möglichkeiten gibt zu träumen. Und doch haben wir eben, weil sie komplex und unvorhersebar ist, immer mehr Themen, die wir nicht mehr verdrängen können. Da kommen wir jetzt in mein Gebet unter Anführungszeichen. Das sind die Dinge, die einfach da sind, mit denen wir umgehen müssen und über die wir nachdenken müssen, die am Schirm sind und die jungen Generationen manchmal deutlich mehr am Schirm haben wie wir, weil sie, ich sage jetzt einmal ganz ein bisschen brutal, auch gar nicht so abgelenkt sind und in ihrer Gruppe darüber reflektieren können. Klimawandel ist ein Thema oder erneuerbare Energien. Wer sich für so etwas wie Energiewirtschaft hier herinnen interessiert, der wird das ganz stark am Schirm haben. Auch wieder so ein bisschen ein Stichprobeneffekt. Andere Geschichte, Mobilität. Wer schon mal auf Twitter zum Beispiel war, war nicht Twitter, hat jemand ein Profil? Kurz zum Checken. Wenig, das ist jetzt interessant, das ist wenig, okay. Ja, es sind mittlerweile in Österreich vor allem Journalisten, habe ich gemerkt, das ist eine sehr, sehr einseitige Stichprobe. Twitter, wer jetzt gerade auf Twitter ist, hat einen der Automobilbarone in Amerika jetzt gerade als den absoluten Überschef da drinnen, der dominierte Twitter-Gott, der Elon Musk von Tesla. Also das heißt, Sie sehen, das ist allein schon durch die Präsenz dieser Personen ein Riesenthema. Ich fasse es jetzt zusammen unter einem Begriff, der viele Unternehmen in Österreich und nicht nur in Österreich, sondern im ganzen Westen umtreppen, das ist der Begriff Nachhaltigkeit. Und Sie werden dieses Thema sicher nicht zum ersten Mal lesen und dann ganz, ganz viel stellen. Leider Gottes auch manchmal so fast ein bisschen, verzeihen Sie mir bitte den Ausdruck, es ist manchmal so fast ein bisschen so eine Feigenblatt-Geschichte. Jetzt haben wir Nachhaltigkeit draufgeschrieben, wird schon passen irgendwie. Das ist schade. Weil die Idee von Nachhaltigkeit ist eine wertvolle, eine strategisch unglaublich weitreichende und genau deswegen auch in diesem Green-Begriff hinter dem Green-Tech ist drinnen. Die Diskussion jetzt an der Stelle weiterzuführen, würde uns ewig weit bringen, aber nur einmal damit klar ist, da schauen wir hin, wenn wir an unsere Green-Tech ist denken. Ich hoffe Ihnen, dass ich jetzt einmal an dieser Stelle die Green-Tech ist eingenordet habe und jetzt stellen wir uns die große Frage noch, wie? Wie? Was tue ich jetzt damit? Wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich damit um? Weil ich glaube, das Ab, da sind wir recht einig, das stellen wir uns nicht mehr die Frage. Der Zug ist abgefahren, uns die Frage zu stellen, wollen wir das, dass Kinder mit digitalen Inhalten umgehen müssen? Wollen wir das, dass Kinder ein Smartphone brauchen? Und sagen, das ist vorbei. Ist eher irgendwie gut. Da macht man zumindest einen Fragwecker. Und das Wie ist zumindest akut, das kann man sich merken. Das heißt, die Frage ist wirklich, was tun wir? Wir haben heute einen kleinen ersten Interventionsvorschlag. Das ist das, was ich Ihnen heute mitgeben möchte. Und das ist die erste gute Nachricht. Sie müssen schon einmal keine Experten werden jetzt auf einer technischen Ebene, um trotzdem etwas bewirken zu können. Mir ist das so wichtig, weil ich merke ganz häufig die Einschüchterung auf der Elternseite. Ich kann ja nicht programmieren, wie sollte ich mein Kind dafür motivieren, dass es jetzt sowas interessant finden könnte. Und da ist meine Aussage die, dass sie eine andere Rolle haben. Sie schauen von oben herab auf das Treiben, was die Kinder da so machen miteinander. Auf ein Spielfeld, das sich permanent ändert. Auf einmal ist TikTok da. Das war vor eineinhalb Jahren eigentlich noch kaum Thema. Und jetzt ist es auf einmal in jeder Hosentasche. Das Spielfeld schaut jeden Tag ein bisschen anders aus. Sie bringen Ressourcen mit, die unglaublich wertvoll sind. Sie bringen übergeordnete Fähigkeiten mit. Und das ist sowas, wo ich den Eindruck habe, auch in Coachings, an diese übergeordneten Fähigkeiten denken wir gar nicht so oft als Erwachsene. Weil sie, wenn wir es dauernd brauchen, aber nie zum Thema machen. Wir sind diejenigen, die kritisch hinterfragen müssen. Wir sind diejenigen, die ihr Kind darauf hinbringen müssen. Hey, hast du überhaupt geschaut, wo diese Info herkommt, mit der du gerade als Wahrheit umgehst? Weißt du, was das für dich bedeutet, wenn du dich dort anmeldest? Solche Fragen. Weil für den Inhalt sind wir, glaube ich, wirklich alle miteinander ganz schnell keine Experten mehr, sobald man ein Kind zwei Wochen mit einer App allein im Zimmer sich beschäftigen lässt. Das heißt, Sie sind zusammengefasst totale Expertinnen für Problemlösung. Weil das machen Sie schon so viel länger als Ihre Kinder, dass genau das ist, was Sie den Kindern als Ressource zur Verfügung stellen können. Das ist einmal das Einstieg darin. Mein Eindruck ist, da kann ich jetzt nur von mir sprechen und aus meiner Erfahrung mit vielen Menschen, die ins Coaching kommen, weil sie genau an einem Problem stehen, wo es immer nur darum geht, habe ich gerade den Blick von oben, habe ich gerade den Hubschrauber zur Verfügung, dass ich kurz raufgehe und mir anschaue, wo ist die nächste Fähigkeit, die ich jetzt anwenden kann, die mir jetzt zur Verfügung steht, um mich und damit auch wahrscheinlich dann in dem Fall mein Kind zu befähigen. Dazu schauen wir ganz kurz rein in drei Szenarien. Das erste Szenario, stellen Sie sich vor, Ihr Kind hat überhaupt keinen Zugang, überhaupt keinen technischen Zugang. Das gibt es. Manche Kinder sind einfach, ja, haben noch, bin zufrieden, danke, gehe spielen. Das heißt, da habe ich unterschiedliche Orten von Beschäftigung für gerade kleine Kinder beispielsweise. Manche sind super, das ist klasse, ganz toll, das ist jetzt ein Beispiel, aber nicht ganz unbekannt. Fußball spielen ist toll und Volleyball auch, weil die Nachbarskinder machen das auch und aus dem haben wir eine Katze und einen Hund, das ist toll, das ist einmal super. Mit dem alten Spielzeug, ja, Vater, das brauchen wir nicht mehr, also lieb gemeint, aber dein Teddybärs brauche ich wirklich nicht mehr, das ist echt nicht. Und dann kommt das große Thema, die Nachbarn haben eine Xbox, ich habe keine. Ich würde ja gerne, aber ich traue mich nicht, weil ich keine habe und vielleicht bin ich schlecht und vielleicht mache ich es falsch. Und jetzt bin ich unsicher, weil eigentlich will ich ja schon. Und Sie kennen das, Sie schauen auf das Kind hin und denken, aha, da ist ein innerer Konflikt vorhanden, was tust du, kannst du es auf der einen Seite lassen, kannst du es lassen. Die andere Variante ist aber, na Moment, vielleicht liegt da jetzt eine Lernerfahrung drinnen. Und das beste Mittel gegen Angst und im Endeffekt ist diese Unsicherheit auch Angst, ist Neugierde. Da sage ich jetzt nichts Neues, das haben sie alle schon beobachtet, aber Neugierde entfacht den Forschergeist. Und damit es stattfindet und die Kinder zum Piloten ihrer eigenen Lerngeschichte wieder werden, ist die erste Geschichte, spielerischen Raum schaffen. Was heißt das jetzt, spielerischer Raum? Da gibt es wahrscheinlich ein paar Ideen drinnen. Ich kann nur mal sagen, was ich unter spielerischem Raum als absolutes Minimum verstehe. Und das ist auf der einen Seite, das, was angeboten ist, darf nicht schon im Vorhinein bewertet sein. Und das schaffen wir dadurch, dass es in irgendeiner Form neuartig ist. Das heißt nicht, dass die Sache neu sein muss, aber der Umgang damit in irgendeiner Form neuartig. Etwas, was ich noch nicht kenne. Weil sobald ich mein Kind verwirre, muss ich was Neues überlegen damit. Und sobald Unsicherheit besteht, einfach die Frage aufgreifen, wo stehst, wo hängst, wo ist der nächste Schritt. Und die Themen wählen, die dem Kind wichtig sind, da ist für mich der Punkt, ich glaube, wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn man zu Weihnachten vom Onkel, von der Tante was geschenkt kriegt, was man sich wirklich nicht gewünscht hat. Die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, ist begrenzt, nennen wir es mal so. Und genau deswegen sage ich, diese Enttäuschung kann ebenfalls Lernen massiv verhindern, weil es im falschen Zeitpunkt passiert. Ich weiß, große Sache, gerade zu Weihnachten. Außerdem ein ganz wichtiger Punkt für uns auch in der Vorbereitung auf diesen Talk, und da gehe ich was ein, Frau Dr. Bach, das mir ganz wichtig ist. Ich habe da jetzt einen Raum, der möglichst neutral ist. Ich stelle Ihnen die Frage, schauen Sie genau hin, ändert sich jetzt hinsichtlich der Frage, wer wohnt da wohl drinnen, was, wenn ich Folgendes mache? Ändert sich was? Emotional? Wird gegrinst? Was war Ihr Gefühl? Ein Mädchen. Schauen Sie nur mal hin, ändert sich was? Was ändert sich? Genau, das ist das Thema. Und ich meine, das ist jetzt furchtbar aufgelegt, ich weiß ja. Ich bin jetzt nicht durch Subtilität aufgefallen mit dieser Intervention. Der Punkt ist aber, dass das so in uns drinnen ist, weil wir durch diese Schule gegangen sind. Und die, die es uns beigebracht haben, ebenfalls durch die Schule gegangen sind. Dass aber damit natürlich, das ist ein Beispiel, kann auch heißen, du bist zu jung, du bist zu alt, da steht vier plus 14 drauf, du bist elf, du darfst nicht. Solche Geschichten. Da gibt es so viele Restriktionen, die wir machen, einfach weil sie ungefragt in uns drinnen sind, ohne dass wir es am Schirm haben, dass die wichtigste Geschichte, wo wir uns selbst an der Nase nehmen, auch gegenseitig, gerade in der Partnerschaft ist das eine super Geschichte, die Frage zu stellen, wo sind meine Vorurteile, wo sind meine Stereotypen drinnen? Weil die werden ganz sicher aufgenommen. Und das kommt aus der Funktion des Stereotypen. Der stabilisiert mich. Weil wenn sie nicht irgendwelche Automatismen hätten, kamen würden sie nicht am Frühstück hinweg. Also sie jeden Tag alles neu erfinden müssten. Also das hat ja grundsätzlich Funktion. Es ist nur dort schwierig, wo es Lernen verhindert auf einer anderen Ebene. Das ist der Punkt, den ich Ihnen da mitgegeben möchte an der Stelle. Für spielerisches Umfeld ganz wesentlich. Zweite Geschichte, wenn dann Interesse da ist, fördern, weil es gibt kein falsches Interesse. Man kann sich nicht falsch für etwas interessieren. Das werden Sie selber kennen aus der eigenen Geschichte. Sobald etwas für Sie wichtig ist und dann erklärt Ihnen einer, warum es nichts ist, dann wird es noch besonders interessant. Davon abgesehen, was eine gute Funktion ist, ein Selbstschutz an dieser Stelle ist gut, dass die Psyche so funktioniert. Aber ein Kind kann nur Interesse im konstruktiven Sinne sagen, weil es aus irgendeinem Grund relevant ist. Und genau da muss man sagen, aus dem Grund braucht diese Neugierde, ich habe es Forschergeister an der Stelle auch genannt, Sicherheit. Und zwar die Sicherheit, dass ich nicht mich blamiere oder nicht einen Vorwurf kriege, weil das, wofür ich mich interessiere, mich jetzt gerade in irgendeiner Form abwertet. Ich brauche die Sicherheit, dass die Sache die Sache bleibt und nichts über mich sagt an der Stelle. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo Ihr Beziehung zu Ihren Kindern als die zentrale Ressource wirkt. Ganz wertvoll und ich glaube, Sie wissen alle, wie die Momente, wo man das genauso erlebt hat, wo man gesagt hat, hey komm, das passt schon, mach, wie gut das wirkt und wie das Kind auf das reagiert. Und genau auf der Ebene ist es, Interesse braucht leistungsfreies Ausprobieren. Es ist Wurscht, was beim Lego rauskommt, genau deswegen ist das da. Ob das genau nach Anleitung gebaut wird oder vielleicht anders ausschaut, aber das Kind hat was mitgenommen davon, das ist doch der Wert dahinter. Und genau diese Idee, dass dann man noch selber achte, ja, aber ich habe Lego nie zusammengebracht oder Mathe, wo kann eh sowieso keiner machen vielleicht, weil ich nicht ganz so ideal drin war. Das sind so die Ideen, wo man einfach sagt, bitte da in die Distanz gehen, das ist das Erwachsenenthema, braucht das Kind nicht mitnehmen. Das ist genau diese Art von Sicherheit. Keine Bedrohung, nur reinbringen, die vielleicht gar nicht die des Kindes war. Letzte Sache, dann gebe ich Ihnen Frieden, aber für mich der wesentlichste Punkt, die Begeisterung des Kindes dadurch verstehen, indem man sie löst, davon, was man glaubt, selbst über die Sache zu verstehen. Ein Laptop oder ein Handy sind für Sie zu 90 Prozent Arbeitsmittel. Auf dem einen rennt Outlook und auf dem schreiben Sie WhatsApp und telefonieren Sie. Man kann da sagen, das ist der Zugang zur Welt, gerade in den letzten zwei Jahren für Kinder, für Jugendliche. die sie nicht treffen haben können, weil sie daheim gesessen sind, war das der Zugang zu ihrer Welt. Und das, wo wir alle zum ersten Mal im Kino waren mit 14 und dann ganz schüchtern neben einem Popcorn, oder jünger, je nachdem, unseren Arm zum ersten Mal rübergelegt haben und dann vielleicht sogar ein Kuss auf die Wange passiert war, das findet jetzt auf WhatsApp statt. Oder wo auch immer, Snapchat. Ist ja wurscht. Aber was ich sagen will, ist, das ist so viel mehr als nur ein Kommunikationsgerät, dass das Beispiel von einem Kollegen von mir, der hat gesagt, dessen Tochter ins Gymnasium gekommen ist und die dann zu Weihnachten das Handy im Zug liegen lassen hat. Ich kann es nur. Nein, bis zum Sommer kriegt, die kann es mehr. Bis ich mir gesagt habe, weißt du eigentlich, was du deiner Tochter gerade nimmst? Ja, die kann ja von daheim. Dann musst du es halt vorher abreden, wenn es abgeholt werden will. Der ist von seiner Perspektive aus gegangen. Das eine Kind ist drei Viertel von der Klassengemeinschaft abgeschnitten. Die ist einfach Outsider, nur weil es kein Smartphone hat. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion. Fakt ist, dass es so ist. Und dafür müssen wir die Perspektive der Kinder für die Dinge einnehmen und uns ein bisschen distanzieren von dem, was wir selber verstanden haben, dass die Dinge wert sind und bedeuten. Das heißt, alles, was da unter Anführungszeichen auf uns zukommt, an Themen, an Einstellungen, an Werten, die vielleicht nicht die unseren sind, ja, müssen wir aushalten, so wie es die Generationen vor uns mit der jeweils nachfolgenden ausgehalten haben. Weil eines der ältersten Zitate zu dem Thema steht schon im quasi Code von Hammurabi so in die Richtung. Also das heißt, das ist immer schon die Geschichte der Menschheit gewesen. Die Generation davor dient als Abgrenzungsfläche für die Generation danach, die eine eigene Identität braucht. Und damit möchte ich nur mal kurz in drei Sätzen zusammenfassen. Dann schafft es ein Interesse für Begeisterung und einen Raum, in dem das stattfinden kann. Gibt es den Kindern Sicherheit, dass sie wissen, dass es okay ist, sie für etwas zu interessieren. Und abschließend versteht es die Begeisterung wirklich aus den Augen des Kindes. Weil damit geht dann auch sehr viel mehr weiter. Und lasst euch überraschen von dem, mit was die Kinder zu euch kommen. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Vielen Dank, Christian Franz. Ich versuche immer noch die Begeisterung meines Sohnes für Fortnite zu verstehen. Mitspülen. Theoretisch klingt das alles ganz gut. Praktisch in der Umsetzung. Als Elternteil stoßt man da hin und wieder doch an seine Grenzen. Da ist man tagtäglich auch gefordert. Das Ob ist nicht fraglich. Das Wie ist die große Frage. Und das werden wir jetzt mit euch bitte ein bisschen klären, wie vor allem das im Unternehmen der Salzburger AG auch gehandhabt wird, mit den Green Deckies, wie es ausschaut mit der Zukunft. Da würde ich die Maria und den Roman zu mir auf die Bühne bitten. Beziehungsweise macht es euch bequem. Sie können sich auch mal zurücklehnen und genießen. Dankeschön dabei. Maria, du bist ja Head of Human Resources. Du hast Erfahrung, unendlich viel Erfahrung. Warum ist dieses Thema eben so derart wichtig auch für die Salzburger AG? Warum heute dieser Abend? Warum ist der jetzt so wegweisend auch für uns? Genau, die Idee für diesen Abend, den haben eigentlich wir beide geboren, dass wir gesagt haben, es wäre mal toll. Wirklich ist so ein spannendes Thema, was wir als Arbeitgeber machen können, was man als Elternteil machen kann oder als Tante, als Ankel. Einfach wir haben Maßnahmen wie die Robocamps. Da wird der Roman auch noch drauf eingehen. Wir überlegen uns wirklich, wie können wir überhaupt Kinder zur Technik in den MINT-Bereich bringen, weil wir ja wissen, dass wir sie brauchen und dass sie die Gesellschaft braucht, das Arbeitsleben braucht. Und wir sehen es auch bei uns, also von dem Wachstum und den vielen Stellen, die wir ausschreiben, hat sich sehr viel verändert jetzt in den letzten Jahren. Man versteht sicher nicht mehr jede Ausschreibung, wenn man sie so liest. Da ist er bei UX, UI-Design, da sind drinnen Data Engineers, was sind Unterschiede zu Data Scientisten. Also da wird wirklich viel bewegt im IT-Bereich, aber auch im Marketing-Bereich. Also der Christian Franz hat es vorher angesprochen. Wir haben jetzt genau so eine Stelle ausgeschrieben und gesucht, nämlich, das nennt sie Social Media Content Creator, ist genau die Leila, die Zielgruppe gewesen. Also die Personen, die sie auskennen mit TikTok, die sich selber die Videos machen können. Das ist eine Stelle, die haben wir gerade besetzt mit wirklich jemandem aus der Zielgruppe heraus, also wirklich frisch von der Ausbildung. Und diese Fähigkeiten brauchen wir auch in der Salzburger AG. Wir haben natürlich auch stabile Jobs. Wenn man jetzt denkt, zum Beispiel an Netztechniker, da verändert sich technologisch nicht jeden Tag was. Und auch der Jobtitel vielleicht nicht. Aber selbst in diesen Bereichen ist es so, dass die Digitalisierung und Innovation total reinkommt. Nur angenommen bei uns jetzt im HR-Bereich, also wir bauen jetzt die ganzen Reportings auf Dashboards auf. Wir müssen auch noch viel, viel mehr Know-how aufbauen für diese digitalen Anwendungen und so weiter. Da geht die Zukunft hin. Das ist auch gleichzeitig so ein bisschen der Ausblick. Man kann gar nicht sagen, was die Future Jobs so sein werden. Man weiß nur, sie werden ganz anders sein. Und da wird so viel kommen, was wir nicht wissen. Und wir wollen einfach da ausbauen und vorbereiten und neue Wege finden, um wirklich da spannende Jobs zu bieten und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen, weil wirklich jeder Job betroffen ist davon. Das Bewusstsein für dieses Thema ist ja auch in Salzburg angekommen. Wir haben glücklicherweise jetzt auch schon MINT-Schulen beispielsweise. Das Interesse ist auch groß, denn ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler sind eben gerne in diesen Schulen drinnen. Und da kommen wir zu dir, Roman Wallinger, als Führungskraft im IT-Bereich. Du hast die Robocamps ins Leben gerufen. Und es ist wirklich schwierig, in den Ferien da einen Platz zu kriegen, weil da ist so ein Riesenkrisen um diese Robocamps. Was macht ihr da? Warum diese Begeisterung dafür? Ja, ich glaube, vor allem muss man mal wissen, was die Robocamps sind. Vor allem sind die Robocamps ein großes Herzensprojekt. Von mir an, von meiner Frau. Und das spürt man, glaube ich. Also die Kinder spüren das dann auch. Und deswegen ist das dann auch begehrt. Aber was jetzt fachlich natürlich ist, es sind komplexe IT-Inhalte, wirklich komplexe. Also teilweise sind die wirklich aus dem ersten Semester vom IT-Studium rausgenommen, den man dann einfach runterbrieft, dann altersgerecht aufbereitet. Und dann in einem Roboterprojekt tarnt. Und die Kinder haben schrittweise einfach Erfolge und wachsen an dem Ganzen, lernen irrsinnig viel nebenbei. Der Christian hat es gesagt, nebenbei passiert das alles. Und die Erfahrung ist einfach, dass die Kinder total leuchtende Augen kriegen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil sie selber merken, was sie selbst schaffen. Und das ist einfach alles wirklich gewaltig. Und diese Erfahrungen, die die machen, da entsteht so viel. Also das ist wirklich so ein Hype, wo man dann dabei ist. Und ich habe das auch ganz oft, wo dann Eltern einen Monat später anrufen und sagen, was habt ihr gemacht? Mein Sohn, der nimmt den Roboter jeden Tag in die Schule mit, seit eineinhalb Monaten. Oder es sind natürlich nicht jeder auf der anderen, aber es sind wirklich immer wieder welche. André hat angerufen, sie wird immer so viel gelobt, weil sie so viel weiß schon. Und sie sticht einfach so raus und ist dadurch motiviert in der Schule. Und es gefällt einfach den Kindern. Bis dahin, wo es meine Eltern noch davon sagen, das Kind will unbedingt in die HTL gehen und vor allem nicht da in Salzburg, weil er will unbedingt Robotik machen und er geht jetzt in die Steiermark. Obwohl die Eltern in Salzburg bleiben. Also es ist total Auswirkungen ungeahnten Ausmaßes, was aber dann einfach eine Bestätigung ist und was total gut ankommt. Aber da ist immer ein wichtiger Punkt, Frau Bach hat es ganz am Anfang schon gesagt und das ist eine der Kernbotschaften, glaube ich, und der Christian hat es auch schon gesagt, die Verantwortung liegt letztendlich aber bei den Eltern. Und zwar nicht die Verantwortung, das zu können, sondern die Verantwortung, diesen Zugang zu ermöglichen. Einfach wirklich auch diesen Raum zu schaffen, dass die Kinder das probieren dürfen, ausprobieren dürfen und vielleicht auch zu zeigen, das gibt es. Und da kommen wir auch in diese Rollenbilder. Wir haben ja Mädchencamps gemacht, die sind gut angekommen und wo man einfach sieht, die stehenden Jungs überhaupt und gar nichts noch. Also ganz im Gegenteil, die sind eher fokussierter, weil sie ruhiger sind und die kommen da zum ersten Mal in Kontakt mit sowas, weil sie bisher noch nie auf das gestoßen worden sind. Die Burschen vielleicht eher durchs Computerspielen oder so, weiß ich nicht, warum das da mehr ist, aber gerade in diesem Alter ab 9 bis 14, da entscheidet sich das, was interessant ist. Und wenn man da schon die Erfahrungen hat mit Technik oder IT in unserem Fall, dann kann halt die Reise auch dorthin gehen. Wenn man die Erfahrungen nicht hat, geht die Reise sehr wahrscheinlich nicht dorthin. Das muss einfach klar sein. Und diese Idolwirkung oder diese Verantwortung, die haben die Eltern. Und die haben alle wir, also ich ja genauso, ich habe zwei Kinder, aber meine Tochter ist 10 und mein Sohn ist 7,5. Und ich habe auch so jetzt lachen müssen vorher, weil du diesen Teddybären drauf gehabt hast. Also meine Kinder, ich weiß nicht warum, die sind total auf Kuscheltiere, völlig. Aber was die jetzt entdeckt haben, sie haben ein Tablet da und sie machen jetzt zu zweit dauernd Filme. Filme mit 5, 6 Minuten, Teile und die spielen sie uns dann immer vor und dann wird alles, also auch mit Drehbuch und so, das machen sie einer vorher aus, wie was ist und so. Das ist gewaltig, einfach diese Fantasie, die dann umgemünzt wird in Technik. Und da entsteht einfach was. Und man darf da nicht im Weg stehen, ganz im Gegenteil, man muss das fördern und weitergehen. Jetzt werden sich vielleicht manche Eltern denken, boah, das klingt super, heuer im Sommer gibt es ja auch wieder die Robocamps, gibt es noch Plätze? Sieben Plätze, die haben wir jetzt noch. Das heißt, muss man schnell sein. Maria, aber sind das genau diese Skills, die in Zukunft wichtig werden im Arbeitsmarkt? Wir sehen ja eben die Veränderung, das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren selber alle gespürt, die Veränderungsbereitschaft und damit, dass man umgehen kann und dass man eben neue Wege findet, ist einfach das Um und Auf. Das ist es in der Technik. Der Christian Franz hat er auch angesprochen. Es war Technik früher oft total verknüpft mit manueller Tätigkeit, die vielleicht körperlich auch noch total schwer ist und wo man sie vielleicht auch kaputt macht und die nicht gesund ist. Und das wandelt sich halt extrem, also extrem in kreative Jobs. Man braucht unheimlich viel Kommunikationsskills dabei. Diese Veränderungsbereitschaft, dieses lösungsorientierte Denken, das ist eigentlich die Richtung, in die Technik jetzt ja da ganz stark wandert und geht. Und ja, da sehen wir da die Zukunft einfach in allen Jobs integriert, auch die Technik, die IT, die Daten, dass das da im Formasch ist. Aber das ist auch eben ein Grund, wieso es für Frauen eigentlich auch viel interessanter sein müsste. Also wenn das nicht mehr körperliche Belastung heißt, sondern wirklich auch kommunikativ, kreativ zu arbeiten in der Technik, sehen wir aber jetzt immer noch, wenn man HTLs zum Beispiel schaut, dass in diesen technischen Fächern ganz, ganz wenig Mädels drinnen sitzen und deswegen auch der Abend heute mal als wirklich Versuch, da anzuknüpfen, viel, viel weiter fahren. Und das machen auch die Robocamps oder wir haben, wenn da jetzt nur noch sieben Plätze sind, auch noch die Adventure Camps, wo man sich auch noch anmelden kann. Da setzen wir auch einen MINT-Schwerpunkt. Das ist unheimlich wichtig, damit sie da nachhaltig was verändern kann und das dann wirklich in vielen Jahren ganz anders sein wird und dass Technik dann wirklich beide Geschlechter betrifft und wir sie vorfinden. Aber Roman, wie schaut das aus? Müssen unsere Kinder IT-Experten sein, Expertinnen sein? Das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die ich höre von den Eltern. Warum muss mein Kind IT-Experte werden? Und die Frage ist eigentlich schon irreführend. Und deswegen muss man also aufpassen bei der Beantwortung. Und ich habe das schon oft probiert und bin oft und habe dann am Ende in so verzweifelte Gesichter geschaut. Also das erste ist einmal, man muss gar nicht. Also das ist einmal die Kernbotschaft. Aber ich habe mir dann, irgendwann habe ich beschlossen, ich habe mir da so eine Geschichte zurechtgelegt und ich habe das halt mitgenommen und es ist gut, dass das reinpasst. Ich möchte aus der Geschichte von einem Studenten-WG erzählen, wo es eine IT-Informatik-Studentin gibt, nur an IT-Informatik-Studenten und an BWL-Studenten. Die sind zu dritt und der BWL-Student schaut in den Kühlschrank rein und erkennt, es ist wieder zum Einkaufen und sagt dann zu den anderen zwei, wir brauchen Brot und wenn es im Geschäft Eier gibt, bitte nehmt mir ein halbes Dutzend mit. Die zwei dackeln von dannen und es dauert einen lang, da kommt der erste Informatik-Student wieder zurück und plagt sich die Stiege hoch und ächzt in den Raum hinein und hat sechs riesen Laib Brot unter dem Arm. Und der BWL-Student sagt, was mache ich jetzt mit dem ganzen Brot? Warum hast du so viel Brot gekauft? Und er sagt, ja, das hättest du vorüberlegen müssen, bevor du das gesagt hast. Du hast ganz klar gesagt, sechs Laib Brot willst du haben. Also man sieht schon mal, das kann man anders verstehen, wie es ausgesprochen worden ist. Und er sagt, ja und, wo sind die Eier? Dann sagt er, wieso Eier? Du hast Brot gesagt. Und also das erste Missverständnis dann sagt er, oh mein Gott, ist das eh schon so schwierig. Aber ich war das letzte Mal auch schon so, deswegen habe ich die zwei weggeschickt und unterschiedliche Geschäfte eine Chance habe ich noch. Die zweite muss ich auch noch kommen. Und die kommt dann nach Hause eine halbe Stunde später, total entspannt, kommt rein und schreit einmal so rein, hallo, ich bin wieder da. Und dann geht der BWL-Student hin und sagt, sehr schön, dass du wieder da bist, aber du hast nichts mit, wo sind die Einkäufe? Dann sagt sie, das war nicht notwendig. War es nicht notwendig? Ja, das war nicht notwendig, sie haben keine Eier gehabt. Und man sagt mir auch wieder, dass da einfach Potenzial ist in dem Satz, den kann man so und so verstehen. Und das ist natürlich, die Geschichte ist jetzt viel, viel mehr, wie nur, dass Kommunikation manchmal schwierig ist, sondern es zielt viel mehr darauf ab, dass technisches Denken, analytisches Denken, technische Ausdrucksweise praktisch überall vorkommt. Also in Sachen, in unserem Alltag, aber auch in Jobs. Und die Maria hat es ja auch schon gesagt, das kommt in alle möglichen Jobvarianten, kommt es schon vor, dass man auf technische Art und Weise denken muss. Und da kommen wir jetzt zur Kernbotschaft. Man muss, also sage ich mal so, wenn man sich entscheidet, wenn man spricht von Kinder in die Technik oder Green-Tech, dann kann das einerseits heißen, IT-Experte. Und da gibt es hohe Nachfrage und die werden auch sicher gut entlohnt und das sind gute Anreize. Aber Kinder in die Technik heißt genauso, Basiswissen der IT zu haben, um andere Jobs zu können in Zukunft. Weil die alle miteinander vernetzt werden mit IT. Und Christian hat schon gesagt, der Zug ist schon abgefahren. Auch wenn wir das nicht gutheißen oder das nicht so haben wollen, das passiert so oder ist jetzt schon so. Also der Arbeitsmarkt zorgt sonst. Und von daher, deswegen ist es wichtig, dass man zumindest ein Basislevel mit hat, die digitale Kompetenzen mit hat und deswegen ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Unsere Kinder als Digital Natives haben ja dieses Basiswissen. Das heißt, man muss es nur dann weiter fördern und auch bei den Mädels vor allem. Jetzt am Arbeitsmarkt, wir wissen, ohne Mädels, ohne Frauen, in technischen Berufen werden wir künftig nicht mehr auskommen können. Wie schaut es denn da aktuell aus? Genau, wir sind ja im bekannten Fachkräftemangel und der zieht jetzt richtig an. Also für mich war so die Signalwirkung, wie ich den Postbus gesehen habe und da steht oben, bewirb dich jetzt und ich weiß gar nicht mehr, wo fährt der hin, aber bewirb dich bei Postbus, da verändert sich jetzt was. Und das lesen wir alle in den Zeitungen, in den Social Medias, überall. Jeder redet jetzt davon, dass das ordentlich anziehen wird und das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Also es wird so sein, dass einfach Stellen unbesetzt sind. Es wird so sein, dass wir schauen müssen, dass wir sehr viel auch in Prozessoptimierungen reinbringen, in Effizienzen, dass wir mit diesen beschränkten Ressourcen auch umgehen können und alle werben quasi um die gleichen, im gleichen Teich. So ist es. Und wenn man es jetzt der Salzburg anschaut, wir haben jetzt aktuell eine Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent, das nennt man Vollbeschäftigung. Das heißt, wir haben unheimlich viele Stellen auf der anderen Seite, jetzt nicht nur von der Salzburger AG, sondern auch von allen anderen Firmen. Und es ist eigentlich schon nicht mehr der Fachkräftemangel, es ist schon ein Arbeitskräftemangel, der jetzt da auf uns zukommt. Und deswegen versuchen wir jetzt wirklich neue Wege zu gehen, neue Formate zu machen, auf uns aufmerksam zu machen, auf Personen aufmerksam zu machen, die vielleicht auch umsteigen wollen, im Job, in den MINT-Bereich reinkommen wollen. Also da müssen alle Unternehmen umdenken. Und das wird schon eine spannende Zeit. Und wenn man so schaut, auf die Salzburger AG jetzt bezogen, bei uns gehen in den nächsten zehn Jahren wirklich ein Viertel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pension. Und das ist nur das, was wir heute machen. Das ist nur überhaupt nicht die neuen Jobs, oder wenn wir in den Wachstum noch gehen, das abgedeckt. Das ist nur einmal unser Bestandsgeschäft so weiterzumachen. braucht eine große Anstrengung, große Mithilfe von allen. Und wir hoffen eben, dass wir sehr viele wirklich in die Technik, in den MINT-Bereich reinbringen, weil das wird auch unsere Kernkompetenz und unser Kernfeld bleiben. Im Grunde ist es im Technikbereich aber so, dass es für jedes Persönlichkeitsprofil, geschlechterunabhängige, wirklich den passenden Deckel quasi auf den Topf gibt. Genau, also die Wege, wie man das Matching macht, ist interessant. Und was sich in der letzten Zeit verändert hat, ist jetzt wirklich der Diversitätsgedanke auch in der Salzburger G. Also wir suchen jetzt nicht mehr den Perfect Culture Fit quasi, also wer passt genau zu unserer Kultur und wer passt genau in unser Bild, sondern wir suchen jetzt eigentlich verstärkt genau das Gegenteil, den Culture Add. Und diese Kraft der Diversität, das hat Brigitte Bach vorher auch angesprochen, das ist das, was uns dann anreichert, die Ideen für die Produkte, für die Kundinnen und Kunden, ist eben genau diese unterschiedlichen Sichtweisen, diese unterschiedlichen Skills und Kompetenzen und dass wir natürlich in Personalentwicklung auch Personen in ihren Stärken fördern, wird noch zentraler werden. Roman, was kann man aus der Erfahrung der Kinder und ihrer Leichtigkeit im Umgang mit diesen Themen und der Neugierde? Was können wir Erwachsene uns da in Bezug auf Lernen gerade dieser neuen Technologien auch mitnehmen? Ja, was die Kinder auf jeden Fall besser können, wie wir Erwachsenen, ist einfach, die sind neugieriger, die sind offener, die haben nicht Angst zu scheitern oder so, die probieren einfach, die machen einfach, aber sie brauchen halt das Umfeld, sie können das nicht selbst schaffen. Aber da sind sie einfach unbedarfter und deswegen lernen sie auch so schnell. Also das ist zumindest meine Begründung, das ist deswegen so schnell lernen. Und das ist halt auch das, was wir in den Robocamps dann auch versuchen reinzunehmen, also einmal diesen Spaßfaktor, wir verpacken eben den ganzen Inhalt wirklich spielerisch und mit Spaß. Eben dieses Ausprobieren ist ganz wichtig, dass sie selbst konfrontiert werden mit den Themen, mit den Schwierigkeiten und dann halt auch Lösungen finden und dann halt auch Selbstwirksamkeit erzeugen, selbst nämlich. Und dann entsteht eigentlich dieser innere Stolz, wo es dann weitergeht und wenn man es einmal nicht schafft, dann ist eben der dritte Punkt, den wir eben auch beachten, dass wir das alles gemeinsam machen. Also die Robocamps zum Beispiel, die machen ja auch wirklich garantierte Erfolge, das heißt, jedes Kind geht am Ende mit dem Roboter mit nach Hause und dann nehmen sie auch mit nach Hause mit. Das heißt, die bauen da was, da entsteht was, die bauen das auf, die programmieren das und nehmen das dann mit nach Hause mit und können wirklich sagen, ich habe das selbst gemacht. Ja, mit Hilfe und wir machen das gemeinsam, aber sie haben das selbst gemacht. Und das, glaube ich, ist das, was die Kinder leichter annehmen können und einfach schneller was draus machen können. Also wenn man das unterm Strich betrachtet, könnte man eigentlich sehr optimistisch mit all diesen Geschichten in die Zukunft schauen, oder? Ja, grundsätzlich bin ich auch optimistisch. Also wir machen ja genau, wir kümmern uns genau um diese Themen. Also wir haben ja genau dieses Event gebaut oder organisiert für heute, damit wir dieses Spread the Word machen, damit wir das nach außen tragen. Die Maria hat gesagt, was wir schon immer am Arbeitsmarkt erkennen und auch natürlich entgegensteuern. Und die Frau Bach hat auch gesagt, wie das unternehmensweit das Ganze, was das für Tragweite hat. Und wir haben ja auch schon Maßnahmen. Die Robocamps gibt es ja auch schon. Und wir sind am Weg, aber es darf immer mehr sein. Aber Maria, merkt man schon eine Veränderung? Eine Veränderung? Ja, dass wir generell jetzt, wenn man schaut auf Frauen in der Technik, die wir aufnehmen, da haben wir eine deutliche Steigerung jetzt in einem Jahr geschafft. Und da bin ich mir sicher, dass dieser Spirit da weitergeht, da merkt man schon einen Unterschied. Und ich glaube auch, diese Diversifizierung oder auf Diversity auch zu setzen als Arbeitgeber, wird auch noch viele anziehen und viele zu uns bringen und uns dann bereichern wirklich in der täglichen Arbeit. Also da sieht man wirklich die Früchte. Man sieht auch, dass wir ständig an neuen Wegen suchen, dass wir eben Adventure Camps anbieten. Wir machen heuer im September einen Girls Day, Exploration Day for Girls, also einen eigenen Girls Day, damit wirklich die Mädels zur Technik kommen mit so praktischen Beispielen, wo sie eben was programmieren, wo sie das sehen, sehr niederschwellig. Und solche Formate machen uns wirklich sehr viel Spaß und die nehmen was mit. Also das fängt ja noch nicht jeder bei der Salzburger G unmittelbar an, aber das ist ja gar nicht unser Fokus. Wir wollen ja wirklich da was bewegen, dass überhaupt die gleichen Chancen hergestellt werden. Und das sieht man eben in diesen Formaten, wie ernst wir das meinen. Und die werden auch super angenommen, wie man es eben beim Robocamp auch so sieht. Vielen herzlichen Dank für diese spannenden Ein- und Ausblicke in eine Zukunft der Version, wieso nicht entkommen. Wir können nicht auf Pause stellen, wir gehen da mit. Es ist eine fordernde, es ist eine schnelllebige Zeit mit ganz vielen Herausforderungen, aber das werden wir alle miteinander gut backen. Wir freuen uns schon auf den nächsten Talk hier in der Salzburg AG. Bis dorthin, ein herzliches Auf Wiedersehen. Zurufe